Es kommt noch ein Aufzüssenhof hier im Sandmeer-Hospital in Kamillenfort. Die Bettenaufzüge darf man ja als Besucher nicht benutzen. Wir fahren jetzt mit den beiden Personenaufzügen. Schade, dass man hier nicht mit Bettenaufzügen fahren darf. Dann hat Lifania gesagt, nein, du darfst damit nicht fahren. Tschüss. Ach, nee, ich bin falsch. Und? Ja. Alle weiter, Entschuldigung. Ja, ich bin falsch dabei. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Amorten. Amorten. Dankeschön. Wir stehen hier da vorne. Dankeschön.